Rad Profi Polit will überraschen, mit Ansage. Nils Polit gilt als zuverlässiger Helfer der großen Radsportstars. Jetzt ist der 25 Jahre alte deutsche Profi bereit für mehr. Bei der Flandern-Rundfahrt könnte er groß auftrumpfen. Dabei vertraut der Mann, der sich ganz bescheiden gibt, auf die Erfahrung seines sportlichen Leiters Erik Zabel. Dem Klassiker Fieber ist Nils Polit bereits in seiner Jugend verfallen. Schon damals liebte der Kölner die besonderen Rennen in Belgien, das spezielle Flair, weil der Radsport dort einfach populärer ist, wie er erzählt. Inzwischen kann der 25-Jährige auf diesem Terrain selbst Akzente setzen. Er wird an diesem Sonntag bei der 103. Flandern-Rundfahrt zu den Fahrern gehören, die man beachten sollte. Dieses harte Ausscheidungsfahren, die engen Straßen, die Positionskämpfe, das alles liegt mir. In den Vordergrund schiebt sich Polit aber lieber nicht, er fühlt sich als Außenseiter wohl. Klar könnte ich sagen, ich will in die Top 10, aber diese Rennen sind einfach nicht vorhersehbar, sagt der Profi aus dem Team Kato Schaal-Pezin. Gleichwohl, betont Polit, habe er über den Winter nochmal einen Sprung gemacht, der sich an bisher überzeugenden Ergebnissen auch ablesen lässt. Das jüngste Ausrufezeichen war am vergangenen Freitag der sechste Platz beim E3-Klassiker in Harelbeke, der sogenannten kleinen Flandern-Rundfahrt, stets ein wichtiger Indikator für die Verfassung vor dem größten belgischen Rennen. Die Ronde van Flanderen nimmt Polit am Sonntag als Kapitän seiner Mannschaft in Angriff. Ich bin selbstbewusst, sagt er. In der Branche ist längst aufgefallen, dass der 1,92 Meter Schlags womöglich reif für einen Überraschungskuppel ist, eben weil das Rampenlicht den Stars wie dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei oder Olympiasieger Greg van Avermaet aus Belgien gehört. Vielleicht ist das seine große Chance, dass ihn keiner auf der Rechnung hat. Mit Mutmaß-Tex-Profi Fabian Wegmann im Podcast von Zykling-Magazine.de. Denn er hat gezeigt, dass er ganz vorne mitfahren kann. Die Power hat er. Die Chance ist gekommen. Einen Ruf als begabter Helfer genießt der zweimalige Tour de Franze Teilnehmer ohnehin schon eine ganze Weile. Seine Etappensieg bei der Deutschland-Tour im vergangenen August, der erste Erfolg als